Die Langenauer Schule wurde 1930 eingeweiht. 1976 erfolgte der erste Spatenstich zum Bau einer Turnhalle. 1984-85 wurde die Grundschule für die Klassen 1 bis 4 gebaut. Mit dem Schuljahresbeginn 2004-2005 wurde die Schule in Langenau geschlossen. Gut zwölf Jahre steht der Schulkomplex jetzt schon leer. Viele Menschen, gerade die Langenauer, verbindet die Schule mit vielen Kindheitserinnerungen. Und bis vor fünf, sechs Jahren war es auch üblich bei Klassentreffen hier eine Visite zu machen. Einfach vorbeizuschauen, wo man früher gelebt und gelernt hat. Leider muss ich sagen, diese Zeiten sind wohl endgültig vorbei. Denn hier wird es keinen Schulbetrieb, keinen Sport, keine Kinderbetreuung mehr in diesem Objekt geben. Es ist einfach zu marode, um es zu erhalten. Da wäre ein Abriss preiswerter. Danach werde ich ganz oft gefragt. Aus diesem Grunde suchen wir schon seit langer Zeit Investoren, potenzielle Nachnutzer. Die Stadtverwaltung ist aufgefordert gewesen, das Objekt zu verkaufen. Insbesondere 2013 gab es ein ernsthaftes Interesse an dem Objekt. Ein Investor mit ortsansässigem Gewerbe hier in Langenau im Pflegedienstbereich hat uns dann aber leider im September 2014 aus eigener Entscheidung die Absage erteilt. Wir standen kurz vor einer Auktion. Dann hätten wir sozusagen an den Meistbietenden verkauft. Haben uns dann aber nochmal entschieden, das Objekt gezielt im Immobilienmarkt zu annoncieren. Daraufhin meldete sich auch noch ein ernsthafter Investor. Sie merken schon, es ist gar nicht so leicht, überhaupt jemanden zu finden. Trotzdem ist das Interesse ernsthaft. Das ist belegt durch persönliche Augenscheinnahme des Objektes und auch die Vorlegung von künftigen Nutzungsvarianten. Der Hauptausschuss der großen Kreisstadt Brand-Erbesdorf beschloss am 7. Juni diesen Jahres den Verkauf der insgesamt 4.657 Quadratmeter großen Flurstücke 485 3 und 485 A. Der Gemarkung Langenau an Herrn Bröckelmann von Carlitos SRO aus Chemnitz mit dem angebotenen Verkaufspreis in Höhe von 4.500 Euro. Uns wurde vom Investor vermittelt, dass er künftig dieses Objekt als Mehrgewerbegebäude nutzen möchte. Ein Büroservice, Tagungsbüros sollen entstehen, Besprechungszimmer, kleine Konferenzräume auch. Und das ist doch sehr sinnvoll, wie ich finde. In jedem Falle bleibt das benachbarte, jüngere Gebäude, das jetzt als Jugend- und Musikhaus genutzt wird, weiter in der gleichen Nutzung. Dazu ist es notwendig, Medien zu trennen. Ein Aufwand, den man einmal betreibt und das ist wichtig. Gegenwärtig wurde noch kein Kaufvertrag unterzeichnet. Am 7. Juni dieses Jahres hatte ja der Hauptausschuss in öffentlicher Sitzung dem Verkauf grundsätzlich zugestimmt. Da aber dieses Objekt hier inmitten von Langenau eine wesentliche Bedeutung für die Ortschaft hat, ist auch der Ortschaftsrat zu beteiligen. Das ist nun nicht gleich geschehen, aber mittlerweile auch nachgeholt worden. Die Stellungnahme spricht schon einige Skepsis und auch Befürchtungen aus. Und so wird sich der Hauptausschuss in seiner Sitzung am 4. Oktober erneut mit dieser Sache befassen. Bis dahin ist erstmal alles auch offen. Fest steht jedoch weiterhin, und das ist schon seit Jahren so, dass das Objekt die Stadt wegen der Unterhaltung und der Verkehrssicherungspflicht etwa 6.000 Euro jährlich kostet. Erst kürzlich musste ich eine Notreparatur des maroden Daches auch veranlassen. Und das tut dann schon ein bisschen weh, so als ob man Luft in den Schweizer Käse pumpt. Es kann nun einen Verkauf geben oder auch nicht. Wenn es keinen gibt, sind wir weiter auf gute Ideen für eine bezahlbare Nachnutzung durch die Stadt oder eben eine Übernahme durch Investorenschaft sehr dankbar.